Noch liegt die Tamara im Schirstaner Hafen vor Ange und hier wird aber schon gewerkelt seit Wochen die Tamara auf den neuesten Stand gebracht und wir wollen uns mal erkundigen wann es endlich wieder heißt Leinen los. Am 20.04. geht wieder los. Die Saison beginnt vom Schirstaner Hafen oder vom biblischen Schloss und geht die Fahrt zur Rettbecksau und die Rundfahrt täglich wie nach Fahrplan. Und der Matrose freut sich ja auch schon auf die Saison? Ja, endlich geht es wieder los. Das Boot sieht ja wieder flott aus. Haben sie ganz schön gearbeitet jetzt, oder? Jedes Jahr muss man was tun. Ja, wie immer. Maschinenraum. Wir haben noch ein bisschen zum Erledigen. Ja, Maschinenraum. Werfen wir doch auch mal einen Blick rein. Das Herzstück. Schön. Die Rettbecksau ist ja nun ein schönes Naherholungsgebiet und wir sind ja auch alle glücklich, dass das mit der Tamara so gut klappt. Haben sie denn auch einen langfristigen Vertrag mit der Stadt? Klappt das? Ja, der Vertrag ist wieder verlängert, nochmal fünf Jahre und dann vorläufig kann nichts passieren. Der Vertrag wurde um fünf Jahre verlängert. Verlängert. Das hören die Schirsterne und die Wiesbadener sehr gerne. Ja, also ich wünsche Ihnen eine gute Saison und wie heißt es immer so schön eine Handbreit Wasser unter dem Kehl. Ja, also vielen Dank für das Gespräch. Nächste Dank. Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Saison.